Also hier haben wir mal die drei M-Mädels, die jetzt hier draußen im Auslauf sind und die toben hier herum. Das ist echt eine Freude zu sehen. Sind die ganze Zeit eingesperrt gewesen, die Armen. Aber sie sind jetzt perfekt hier draußen, sind durchgeimpft und suchen dringend ein Zuhause. Das hier ist die etwas fechere, mit einem ganz geblüschigen, gewellten Fell. Dann haben wir hier die kleinste von allen, die ist ein bisschen heller. Und ja, also hat sie ein Steckerli gefunden, wunderbar. Und das hier ist die dreifärbige, die ist mit die größere. Ganz entzückende, hübsche Mädels sind das. Die jetzt dem guten Rich, der ist da hinten, der sich noch gar nicht so richtig traut in dieses Getümmel. Die leisten ihm jetzt Gesellschaft her. Hoppla! So, jetzt ist gar keiner da, so.